einen wunderschönen guten morgen ihr klänen ich schmeiße mal gerade meine fahrerkarte in das fach dann werde ich mir erst mal einen kaffee machen ich bin ein bisschen früh ich habe noch ein bisschen zeit 7 uhr laden solo ja für weze ein bisschen hat sie gesagt und dann nach emmerich ein container für niederzieher das ist doch total gut finde ich jetzt mal so ich war die tage letzte woche letzte woche mittwoch hatte ich einen termin auf dem amt führerscheinstelle für die karte der firma 95 also quasi diese modulkarte gibt es ja jetzt eine neue modulkarte die habe ich mir beantragt und während ich da war sagte ich zu der frau dann können wir direkt die fahrerkarte mitmachen weil dies auch nächsten monat läuft die ab sagt die das geht nicht sie haben einen termin gemacht für die modulkarte und die fahrerkarte müssen sie einen neuen termin machen alter leck mehr marsch ich damit dass nach hause gekommen mir einen neuen online termin gemacht für nächsten tag quasi für nächste woche für letzte woche donnerstag ich da hingefahren also mittwoch war ich schalter 15 donnerstag war ich schalter 13 und die frau an schalter 13 sagte sie waren doch gestern schon da warum haben sie denn die fahrerkarte nicht direkt mitgemacht habe ich dann erklärt hat sie gesagt okay sie brauchen gar nicht weiter reden sie weiß bescheid hat sich dann bei jemand anders noch über diese dame beschwert beschwert wo ich dann am mittwoch war und die sagte natürlich wären die fahrerkarten mitgemacht hat sind gerade mal zwei minuten die wir dafür brauchen ja ich denke mal die eine dame mit der ich am mittwoch zu tun hatte die hat eine ansage bekommen gehe ich mal von aus weil das ist schon ein bisschen doof aber ich habe alles gemanagt die fahrerkarte die ich mir am donnerstag beantragt habe die war schon im postkasten die sagte dauert zwei tage und ich hatte die nach warte freitag nach zwei werktagen also quasi am dritten werktag war die im postkasten die fahrerkarte und die modulkarte dauert bis zu zwei wochen die modulkarte dauert bis zu zwei wochen das passt auch das ist die brauche ich bis zum 28 august wir haben heute den glaube ich 14 wenn ich mich nicht täusche warte kurz dahin ist ein kollege deswegen wir haben heute den 14 ja das passt auch die kommt die kommt noch pünktlich an das ist sehr gut wie gesagt fahrerkarte habe ich schon zu hause die geht ab dem elften september august september 11 september die soll ich noch am zehnten nehmen und die andere ab dem elften dann ist alles wunderbar und die andere muss ich dann noch 28 tage 30 tage behalten die halbste zu hause das ist ja wunderbar so ich bin ein bisschen träge das ist einfach weil im moment ist es sehr warm und und da kann man nicht allzu gut schlafen ich bin seit zwei uhr wach seit zwei uhr und war noch ein bisschen auf meinem hometrainer auf dem spinning bike aber quasi nur 30 minuten hatte ich schon keinen bock mehr weil es irgendwie so warm war ich habe ich schwitze wie sind hier ja und dann bin ich ein wenig duschen gegangen habe meine schulbrote gemacht ach so da passt ja ich habe einen neuen rucksack hier und der passt nicht mehr rein der ist etwas hoch habe ich meine schulbrote gemacht und bin jetzt hier auf der arbeit jetzt mache ich mir einen kaffee und dann fahr ich solo wie gesagt zum kunden und dann fahren wir mal los und gucken was der tag so bringt ich habe gedacht heute ist es bestimmt etwas kühler aber heute früh ist es noch wärmer wie gestern früh gestern war glaube ich gestern früh 20 grad und heute 22 aber wir tanken jetzt ein bisschen ab nun da habe ich doch auch schon mal jemand da haben wir sauber jemand war aber alles wie ist dann laden wir für wetze wie gesagt und dann schauen wir mal wir sind gespannt wir sind dann mal auf dem weg nach wetze ich habe hinten genau 15 bis 20 rohre gebündelt das war es und der eine karton hier der ist super leicht dass er wahrscheinlich schon vermuffend und der wiegt ja nischt deswegen habe ich den hier vornerein getan der ist auch sauber normalerweise fügt hier nichts ändern aber wie soll ich den hinten sichern wird ja nur gequetscht wenn er den binden ist weißt du der wiegt nischt wir sind da um 8 uhr 47 ich habe mir bei den rohren hinten direkt bänder drum gemacht falls ich die mit dem kran ablade oder aber die machen dann mit dem gabelstab oder mache ich die wieder ab das sehen wir dann da weht sich ich weiß gar nicht kenn ich den kunden ich glaube nicht das war real machen wir da leer und dann fahren wir nach emmerich so wie ich das gelesen habe dann holen wir den container der wiegt auch nicht oder ich denke mal nicht dass der voll ist oder ich habe das falsche gewicht aufgeschrieben ich glaube da steht 170 kilo drauf 170 kilo das kann ja nicht sein für ein materialkontainer das geht ja nun mal nicht ein 90 kilometer aus eine stunde 14 sagt mir das navi ich bin mal gespannt was das wetter nachher sagt jetzt soll ja heute weiter schütten haben wir gesagt aber was die nicht alles sagen jetzt gleich schon da ich kann mich gar nicht erinnern dass ich schon mal hier war das sagt mir jetzt eigentlich ja nicht hier aber das werden wir jetzt sehen links rechts wir klicken jetzt mal da hängen wir darin so wo haben wir denn jetzt die hier ist ja direkt hier wahrscheinlich nicht das ist nämlich wir auch nicht hier auch nicht ist es hier ist es hier laut navi müssen wir noch ein bisschen wo steht denn hier nichts dran warum denn nicht könnten sie mir das bitte erzählen mal das könnte es sein hier ist es aber auch nicht dann müssen wir noch ein bisschen weiter ich war jetzt gerade was irritiert weil da vorne ist direkt eine baustelle dann ist auch von denen aber ich sollte hier auf dem hof wie hier bei diesen bei diesen hohen legen genau was ist natürlich aber ich finde es nicht super Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach so, ja, wo ist der, da ist Empfänger, da ist Empfänger, okay, komisch gemacht, aber egal, ich gebe das jetzt mal ein und dann fahren wir mal gerade da rüber. Fahren wir erstmal hier raus. Hier vorne, vor der Tür, bei denen selbst, haben die auch eine Baustelle und für diese Baustelle sind die Rohre. Aber ich sollte die hier auf den Hof fahren. So, holen die sich dort hier weg die paar Meter und dann ist dort Schäkwa. Oh, okay. Kannst du mich rauslassen, oder? Ich habe jetzt eben mit dem Mann telefoniert, wo ich den Container holen soll und der war total verwundert, weil ihm haben sie gesagt, ich komme erst Mittag, aber mir sagen sie, ich soll morgens um 7 Uhr laden, da bin ich ja nicht mittags da, wenn ich den WC noch leer mache, sondern da bin ich ja, da bin ich ja was für sich. Guck mal, ich bin jetzt da um 10 vor 10 oder Viertel vor 10. Der macht auf jeden Fall jetzt Attacke im Büro und dann kommt er da rüber. Und ich habe eben kack gelabert, ich habe ja gesagt, ich habe auf dem Schein stehen 170 Kilo, ne, da steht 700 Kilo drauf. Also, wenn das der Container da vorne ist, dann ist das ein 20 Fuß. Wenn das der ist. Ich habe den Container daneben mal geladen, wir sind jetzt schon kurz vor Düren. Ich habe das nicht gefilmt, weil quasi da ja einer bei war. Ich habe da ein neues Geschirr ausprobiert, also ich habe da ein neues Vierergehänge bekommen mit extra Containerhacken, ich bin jetzt nicht so davon überzeugt, aber es war schon okay, also die sind extra dafür, aber naja, es geht so. Wir sind jetzt gleich auf jeden Fall da, noch 9 Kilometer, dann sind wir da und dann schauen wir mal, ich habe gerade eben versucht, den Thomas anzurufen, der da jetzt im Lager ist, Handy aus, wahrscheinlich weiß die Frau aus Bovila nicht, dass der vielleicht Urlaub hat, ich weiß es ja nicht. Das sehen wir jetzt gleich, ich lasse mich überraschen, erstmal zum Pferd noch. So, jetzt, der Gang, ja, ja, das Licht, jetzt sind wir in Düren und das Gute ist, ich kann jetzt gleich einfach hier in das Industriegebiet rüber, Industriegebiet rüberfahren, ich spreche bitte ordentlich und da kann ich tanken, da machen wir nämlich den Tank voll, verstehst ja, Materialkontäder, da keiner sagt, dass der großer ist, alles, ich habe die Malken gesetzt. So, und jetzt? Jetzt gucken wir, dass das nicht hängen bleibt, das machen wir, komm, weiße Warten. Und das ist gut, er ist drin geblieben. So, hier sind alles Mastteile, die kann man auch so fahren, wie sie hier zusammengebaut sind, aber, das Glück hatte ich noch nicht von hier, wäre natürlich cool, ne? Ein paar Teile drauf und dann schick ist. Zack, da war er. Hast du das gesehen? Ja, das geht ja nicht. Hey, ja. Genau. Die Mastteile hier, ne? So, hier die Zinken rein, ne? Und dann hebt er den ab. So, die Tankstelle war auch leer. Da sieht es nicht nach Regen aus, da hinten. Haben wir das erledigt. Das ist das. Achso, Karte. Jetzt fängt er dann zur Rähne hier. Jetzt bin ich mit allem fertig. Das, 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 das. Wunderbar, da fahren wir jetzt drin. Das machen wir jetzt, vor dem Rähne. Voll am Rähne. Boah, das ist so schmierig, ne? Leck mir am Arsch, ey. Meine Hände haben eine Dauerschwitzung, verstehst du? Ja, das ist auch geil. Hier ist die Zufahrt zum TÜV. Das war ja vorher alles ja nicht zu hier. Das ist ja jetzt irgendwie so ein Sicherheitsparkplatz. So, hier ist der Weg zum TÜV. Wenn du hier lang fährst, kann das schon mal sein, dass dir eine entgegengebrettert kommt. Boah, da hinten ist es dunkel, ey. Kannst du auf der Kanal, glaub ich, gar nicht so sehr sehen. Oh, Passe. Bürgersteig. Könnt nix. Rätts nix, links nix. Der hat den Container eben nicht in die dafür vorgesehenen Taschen einführen können, also die Gabeln, weil die nicht, das war zwar schon ein halbwegs großer Stabler, aber du kannst die Gabeln nicht so weit auseinander schieben. So, da ist einfach die Kamera aus hier. Leckt mich doch in den Trash. Was war ich denn am Erzähl? Der konnte den Container nicht normal abladen. Da unten sind ja so zwei Taschen für die Gabeln eingearbeitet im Container. Und aber, und aber Dirk, der konnte die Gabeln nicht so weit auseinander fahren, dass der in die dafür vorgesehenen Taschen einfahren konnte. Jetzt hatten wir ja das Glück, dass ich die Container auf die Balken geladen habe und gegurtet habe. Das war ja das Glück, weil der ist dann unten drunter gefahren und dann hat der den auf seinem Hof mit Kanthölzern geparkt. Auf Kanthölzern geparkt. Ich denke dann zum Verästern hier. Ich hoffe, ihr habt dann alles verstanden, was ich euch hier versucht zu erklären. Danke schön, ihr habt ja auch geblieben. Keine Ruheverbot, deswegen können wir mal vorbeigehen. Wir sind am Hof in Kina, 20 Minuten oder so. 20 Minuten, 20 Minuten. Habe ich euch heute schon gefragt, wie es euch geht? Nein, wie geht euch? Ich hoffe, ihr versteht mich, weil da bläst dann schon ganz schön ans Auge. Boah, der Interesse, der Schwarz. Gut, 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 gut. Was zeigt er mir denn hier an? Batterie, Reifendrucksensor schwach. Batterie, Reifendrucksensor schwach. Ja, das ist ja super. Und zack. Hoffentlich ist er zugegangen. Der hat nämlich echte Probleme. Ich habe keine Lieferscheine für morgen, nichts. Ich hoffe mal, die Firma hat Lieferscheine hier rüber gefaxt oder per E-Mail, dass sie mir die ausdrucken können. Oder aber ich bekomme die morgen in... Ich weiß es nicht. Köln? Ja, Kerpen? Was hätte sie gesagt? Was hätte sie eigentlich gesagt? Ich weiß es nicht, ey. Ich kann irgendwie nur noch zwei Meter denken. Sonnenbrille brauchen wir nicht. Säte! 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 Säte!